Und Greuther Fürth und Hannover 96 trennen sich 1 zu 1 und ja, dieser Punkt bringt beiden Mannschaften nicht wirklich viel. Hannover bleibt weiter im Loch. Null Siege aus den letzten fünf Spielen und Greuther Fürth holt immerhin einen Punkt. Im Abstiegskampf, sage ich mal in Anführungszeichen, haben wir noch einen kleinen Vorsprung, aber es ist auch wichtig, dass Fürth jetzt wieder mehr Punkte sammelt. Und Hannover, ja, die bleiben weiter in dem Loch drin. Keine Ahnung, was mit Hannover im Moment los ist. Was heißt im Moment, die letzten Wochen sind einfach nur katastrophal und Fürth ist auch nicht unbedingt viel besser gut, haben zwei Spiele mehr gewonnen. Aber trotzdem ist das einfach bitter. Und was auch noch bitter ist, ist der Videobeweis. Ich glaube, es wurden heute mehr Elfmeter zurückgenommen, als heute Tore gefallen sind. Einfach nur erstaunlich. 0 zu 0 stand es zur Pause. Das 0 zu 1 war dann durchweinand für die Hannoveraner. Da sah auch noch alles gut aus. Allerdings drei Minuten später gab es dann Elfmeter. Elfmeter ist das Stichwort für Greuther Fürth. Der auch nicht unbedingt, also man muss ihn nicht unbedingt geben, aber ja, ist auch keine hundertprozentige Fehlentscheidung. Da fand ich andere aber heute in dem Spiel deutlicher. Herr Gotter hat sich der Aufgabe angenommen, hat den Elfmeter verwandelt. 1 zu 1, nur drei Minuten später. Und ich denke auch, es war ein ausgeglichenes Spiel. Das Unentschieden geht in Ordnung, aber insgesamt bringt es beiden Mannschaften nichts. Hannover bleibt im Loch und Fürth, ja, wie gesagt, ist halt ein Punkt im Abstiegskampf. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao. Wir machen uns im Netz gerne mit Aufnen. Das war's.